Allein und ungehemmt – Laufen lassen nach Feierabend Vom Gemotzi ihrer Chefin frustriert wartet Lena Insternig auf den Feierabend. Nicht einmal die Zeit, um aufs Klo zu gehen, wird ihr gelassen. Kein Wunder, dass die genervte Floristin mit ihrer vollen Blase einen Plan schmiedet, der nicht nur in erregend eingepinkelten Jeans, sondern auch in einem herrlich wohltuenden Höhepunkt gipfelt. Diese und noch viele lustvolle Geschichten mehr